moin moin und herzlich willkommen leute bei pubg new state eine neue runde im br mal gucken ob wir heute wieder ein paar chicken nuggets holen können und ob wir wieder gute teammates haben ich habe gemerkt der key ist teammates gute teammates gleich gutes spiel sagen wir mal so 30 sekunden geht es los wir sehen uns gleich so kommen an bord ich weiß gar nicht wer scheiß jump leader ist ich nicht so ganz glaube ich folge jetzt gotziller ok gotziller will poshinki sosnowka military best ja ich keine ahnung was mir scheiß egal oder wo geht es hin es gibt tatsächlich hier poshinski oder wie er es okay guti 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 gut erstmal nicht mehr folgen jetzt machen wir uns eigenes ding haben wir nicht letztes mal schon gelandet ich glaube vielleicht ein bisschen da landen ohja hier kommen einige nope attack my mark so jawohl rüber wow mega jump so nimm alles was du kriegen kannst bruder so eine weste haben wir so wir gehen mal hoch jetzt noch ein bisschen erste hilfe ein bisschen benzin ach lass mal weg hier granate rucksack ok ok mhm sicher ähm sag mal weiß immer nicht wer macht jetzt die geräusche ist das einer von uns oder nicht so wo ist der schutzhelm holen ja nicht mit mir nachladen nachladen ist hier oben ja oh fuck ok irgendwo ist noch einer du komm trau mich nicht mich zu bewegen so gut gut haben wir hier noch was ja ein bisschen energy keine muni ok so hier hinten ich gut wir lassen es mal auf uns zukommen ok komm wir gehen mal gehen mal runter ich brauche eine andere waffe ich brauche eine andere waffe wohl die war gut ähm tja hier gibt es jetzt auch nicht so geile oder die hier können wir nehmen oder aber auch nicht viel muni das ist eine pump gun ne ja gut dann nehmen wir die wieder scheißegal so müssen wir mal ein bisschen looten zwei kills gemacht läuft doch ich höre jetzt keine schüsse mehr dann ne würde ich sagen ähm oh oh munition für diese waffe sehr gut ja wir sehen uns gleich wieder ne schüsse der hat ihn jetzt schon geholt kommen wir nicht raus ne ok er hat ihn gekillt die sind alle sind alle sind alle tot Junge Junge ok keine ahnung was die jetzt vorhorte nichts für uns hier ist eine Muni ja wow ey wir sind jetzt einfach alleine warum quitten die denn immer was ist das für eine scheiße na gut man kann die nicht wiederholen ne hm ok naja oh rote zone ich muss weg blau auch tot alter alle ich habe kein fahrzeug gefunden ne ich habe kein fahrzeug gefunden ne deswegen muss ich jetzt laufen wie so ein behinderter shit wir könnten zur schule laufen ja mal gucken wie lange wir diesmal überleben ich garantier für nix Freunde ne alle tot und gequittet ey das ist natürlich der Nachteil am PUBG wenn du tot bist bist du tot ne Tür wieder zu das habe ich schon gelernt Tür auch wieder zu dsr was ist das ist das geil ist das nicht geil oh ok ich weiß nicht war es ein Gegner war es keiner schreibt es mal bitte in die Kommentare jemand der sich auskennt ähm ob ich hier gegen echte Gegner spiele oder als offspot sind ich erkenne es nicht ich kann es nicht erkennen ähm bei aber wir können uns hier mal so ein energy drink ne bei Call of Duty kann ich es ja wenigstens noch erkennen aber hier null keine ahnung ach so habe ich aufgesammelt schon hier ist nichts mehr doch noch ein bisschen Muni und hier auch noch gut ich würde sagen wir wir hauen rein und hier oder ey warum ist denn hier immer bei mir die scheiß rote zone wir wollten eh zur schule gehen dann ne so das noch da dann nehmen wir die und so dann bis bitte bleib das muss auch ein bot gewesen sein jetzt mal ohne Witz er steht da so doof rum als hätte ich sein können na klar ähm Oh ne, das machen wir gleich So kriegen wir wenigstens ein paar Kills, das ist auch in Ordnung. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mehr als die anderen, weil die leben eh nicht mehr Die Idioten Das ist halt echt nervig. Tot ist tot. Also Ist doch bei COD besser, ne? Du kannst den Kannst dein Team wiederholen. Ihr könnt weitermachen Quatschen, was weiß ich, dabei spielen natürlich So hier bist du tot. Wenn ich jetzt am Anfang sterbe, dann muss ich dir die ganze Zeit zugucken Wer hat denn da Bock drauf? Ich würde sagen Ich melde mich gleich wieder. Hatte gerade noch einen Kill gemacht. Sorry Der kam ja auf einmal hinter mir, hat mir in den Rücken geschossen So schnell konnte ich jetzt die Aufnahme nicht wieder Da vorne, da vorne, da vorne Das ist ein heißkalter Bot, alter Ok Gut, wie gesagt, ich kann es nicht erkennen. Wenn ich es jetzt den ganzen Tag spielen würde, wahrscheinlich schon. Dann wüsste ich, was ist ein Bot und was nicht So, wo müssen wir denn gleich hin? Na ja, wir können hier Ach komm, gehen wir vorne zum Campus da Und dann Und dann nach Rodzog Was auch immer Ich habe noch immer kein Fahrzeug gefunden, da vorne steht eins Was ich gerade noch mal überlegt habe, kann das sein, dass ich hier in irgendwelchen Botrunden spiele? War das ja bei COD auch so Bei COD Mobile Dass du, wenn du Low Level bist, halt die Botrunden hast, ne? Also auch in BR Ne, aber Auf dem Fahrrad, jetzt ist ja logisch Aber ich meine, die zweite Runde, die wir hatten, wo wir zweiten Platz gemacht haben Das war glaube ich keine Botrunde, da waren noch echte Gegner Die mich da gekillt haben, dann stopp Wo denn? Wo sind denn Steps? So Hab ich doch die Steps gehört Ich wollte eigentlich den Abwurf, hier war doch irgendwo ein Abwurf. Den werde ich jetzt wohl nicht mehr wiederfinden. So, ja, spring rüber. Okay, welchen Muni hat denn das tolle Gewehr? 5,56, okay. Kann man nicht Muni kaufen? Lieber 12, na komm hoch da, hängt es oder was? 9mm, Medkit, okay, hier mit unserem Drohnengeld hier, ne, oder, doch, bestellen, so, so war das ja. Ich weiß wieder jeder wo ich bin. Zieh mal raus. Zone, schnell weg. Oh, 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 oh. Ja, Bruder, ruhig dich. So, 30 Leben noch. Da kommt die so. Geh doch rein. So. Jetzt aber. Okay, 5,56. Naja, ich werd mal gucken. So, ich hab jetzt mal so ne Lieferung angefordert. Ähm. Ah, da kommt die angeflogen. Wo? Da irgendwo. Okay. Die braucht ewig lange. Das ist kacke. Ja, wo ist die denn jetzt? Wow, wie lange braucht die denn? Da kommt sie. Hä? Wie geil ist das denn? Ja, lass fahren, Bruder. Yay. Geil. 30 Schuss. Wirklich genug Platz. Geht die hier raus. Splittergenatter raus. Okay, komm. Äh, was hat die denn hier für Muni? Scheiße, ich kenn mich immer zu wenig aus. Ich guck mal. Wir sehen uns gleich. Äh, was ist das für ne Wasseranimation, Leute? Ich weiß ja nicht. Äh, bei COD auf jeden Fall besser. Glaub ich hab einen gesehen. Nein, wie... Lame, Alter. Zack. So. Oh, da war noch einer. Ich wette der kommt. Da war noch einer. Ich hab Angst, ich hab Angst. Keiner da. Okay, wir gehen in den Zonenbereich. Was ist da hinten los? Okay. Lass mal Loot tun. Das muss ja auch ein Bot gewesen sein. Wenn der so leicht drauf ging. Okay. 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 Hätten wir den vielleicht rekrutieren können? Shit. Ich wollte es mal ausprobieren. Okay, da snipet irgendwo einer oder so. Die Richtung. Hier hat wohl dasselbe vor wie ich. Da unten. Pssch, pssch, pssch. Wo ist der? Ich geh mal hier zum Baum. Okay. Ich seh ihn nicht mehr. Oder ich hab ihn überhaupt noch gar nicht gesehen. Ähm. Okay. Jetzt kommt die Zone. Könnten noch. Oh no. Wow. Das war, das war richtig dumm. Da holt sich jemand Ausrüstung. Ja. Doch, das war richtig dumm. Den holen wir uns, wenn der lootet. Nein! Shit. Der ist da noch, das ist der letzte. Nein! Was ein Hurensohn. Fuck, Alter. Hätten wir hingehen sollen. Hätten wir pushen müssen. Fuck, ey. Was ein Dreckiger. Meine Fresse. Wie dumm, ey. Verstehen geblieben. Zweiter Platz, trotzdem gut. Ey, wir waren so nah dran. Wir waren so nah dran. Ich habe ihn nicht getroffen, wo er gelootet hat. Da hätte ich ihn treffen müssen. Scheiße, ey. Fuck. Ja, wird Zeit für noch eine Runde dann, ne? Kacke. Ja, Freunde. Danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wir sehen uns nächste Folge. Haut rein! Ach so. Viele. Wir sehen uns auch. Vielen Dank.